Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid. Mein Name ist Kesti, das Königsblau TV. Auch dieses Video, das ist bestimmt schon der zehnte Versuch, jetzt das Video versuche aufzunehmen. Ja, ich denke, jetzt könnte es was werden. Und zwar wollte ich euch nur kurz darüber informieren, Luis Patris wird nicht zum FC Schalke 04 wechseln. Warum ist das eine Wettmeldung wert? Naja, die große Starbahn hat ursprünglich angekündigt, dass der Mann kommen wird über Twitter und ja, der ist ja eigentlich als seriöse Quelle bekannt beziehungsweise Sky ja auch als seriöse Quelle bekannt. In diesem Falle lag er daneben und dementsprechend, ja, wollte ich euch darüber nochmal informieren. Ja, das hat auf jeden Fall dann nicht so gut geklappt, wie aktuell in der Transferperiode sowieso nicht so viel klappt beziehungsweise es ist einfach noch nichts passiert auf Schalke. Ja, Schalke sitzt immer noch auf seinem Geld. Auf seinem Geld ist eigentlich auch gut, weil Schalke hat kein Geld. Aber ja, jedenfalls gibt Christina Röhl-Hamers aktuell keine Kohle frei für Neuzugänge. Erst müssen Spieler verkauft werden offensichtlich, so steht es zumindest in den Zeitungen drin. Und darauf beziehe ich mich dann natürlich auch und ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Für Schalke geht es auf jeden Fall weiter am 2.1. und zwar mit dem Trainingslager in Portugal. Ja, dann wäre es natürlich wichtig, wenn wir die neuen Spieler dann auch mit am Start haben. Dann sieht aktuell, wie gesagt, schlecht aus, aber wir können auch die Daumen drücken, ja, wir haben heute den 28. Dann kommt ja noch der 29., der 30. und der 31. und der 1. Ja, mal gucken. Noch vier Tage bis dahin, vielleicht passiert ja noch was. Ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt, aber ehrlich gesagt nicht mehr dran, dass das noch zum Trainingslager was werden wird. Aber mal schauen. Jo, apropos Silvester. Ich werde jetzt nach London fliegen, werde Silvester dort verbringen. Dort werden einige Vlogs dann auch kommen, ja. Ich besuche den Flow, den kennt ihr auch aus dem Chat, Just Flow. So, jo, den werde ich in London besuchen und dann, ja, werden wir auf jeden Fall gemeinsam eine gute Zeit haben. Und ihr werdet versorgt mit richtig geilen Vlogs. Also unbedingt auf meinem Zweitkanal Kesti vorbeischauen, Abo dalassen und, ja, nochmal, ach ja, genau, nochmal herzlichen Dank, Leute. Meine Monetarisierung ist wieder da, ja. Ja, ähm, mega geil, wie ihr mich supportet habt in den letzten Wochen. Unfassbar, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das so gut geklappt hat, dass dieses Comeback so gut gelungen ist. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass ihr euch den Content gegeben habt. Ja, und, ja, ach, mir fällt doch noch eine News ein. Wir sind, nee, ist eigentlich keine News. Wir sind der geilste Club der Welt, ja. Und zwar, äh, im Bezug auch auf Auswärtsfahrten, ja. Wir sind, ähm, Auswärtsfahrtenmeister. Wir haben Auswärts jetzt immer 6.067, äh, Leute mitgebracht, im Durchschnitt natürlich. Ähm, ja, das zeigt einfach nur mal wieder, dass Schalke 04 ein absoluter Traditionsverein ist. Ein absolut geiler Verein, der geilste Verein in Deutschland. Sorry, ich kann das nicht anders sagen, ja. Und, äh, uns Schalke hat wieder auch ganz gerne mal, äh, nachgesagt, dass wir da Scheuklappen aufhaben und, äh, nur auf unseren eigenen Verein schauen. Und, äh, ja, ist ja auch so. Ja, Schalke ist nun mal der geilste Club der Welt. Damit liebe Grüße an die Fans von anderen Vereinen. Jo, ähm, ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann, ja, wahrscheinlich morgen schon, ne. Auf Schalke ist ja immer was los, ne. Auf Schalke gibt es immer Neuigkeiten. Macht es gut, bis dahin. Und, ach ja, auf Kesti sehen wir uns. Bis dahin, ciao.